Was kannst du dir sagen über deine Stadt heute? War es perfekt? Nein, es war nicht perfekt, aber es war viel besser als gestern. Dann ist es leichter, die Skis zu fliegen. Dann waren es ungefähr 6-7 Meter mehr als gestern. Dann ist es möglich, eine Position zu erreichen. Ist es für dich oder nicht? Ja, ein bisschen. Ich habe versucht, das zu machen, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Aber heute war es besser. Ich kann es auf die Hälfte verwenden. Hast du ein neues Training in der Sommer? Nein, es ist das gleiche Training. Unsere Trainer sind ein bisschen anders, aber das Training ist das gleiche. Was kannst du dir sagen über die Situation? Ja, ich denke, die Situation war schön. Es war ein bisschen Hervin, manchmal ein bisschen anders, aber das ist normal in unserem Sport. Und ja, ich denke, dass Maciej heute das beste war. Und was denkst du über Stefan Funk? Ja, er ist ein großartiger Trainer. Und ich hoffe, dass ihr die Polen auf die Hälfte bringen. Und wir hatten eine gute Kampf. Es ist gut für Polen, es ist gut für die Deutschland. Aber jeder möchte das beste machen. Und ja, wir müssen weiter arbeiten. Richard sagt, dass er nach Deutschland zurückgebracht hat. Ja, das wäre toll für uns. Aber ich glaube nicht. Er ist seit drei Monaten in Polen. Und ja, die Leute haben einen langen Weg zu gehen. Wir haben hier viele Fans, die ich sehe. Ich sehe jeden Tag. Also, was denkst du über Wieswa? Über die Hälfte in Wieswa? Ja, es ist toll. Die Leute sind ein bisschen verrückt. Aber es ist toll für uns. Wenn du es fühlst, wenn ein Tausende Fans auf die Hälfte und dich schreien, dann ist das beste und die größte Motivation in Wieswa und in Sakopane. Wie kannst du hier sagen? Ich wünsche dir alles Gute für Polen. Ich wünsche dir alles Gute für Polen. Danke. Danke. Danke.